Musik So meine Lieben, der lange angekündigte Livestream soll jetzt auch endlich mal Einzug halten bei euch und zwar jetzt am kommenden Sonntag, das ist Sonntag der 13. Sonntag der 13. um 19 Uhr findet ein Livestream hier statt und zwar so wie ihr es euch gewünscht habt Oh, ist die Musik lauter im Hintergrund Ja, voll unprofessionell diese Ankündigung, aber das ist egal Wie ihr es euch gewünscht habt, nämlich über Livestream.com Ihr findet Livestream.com über hier Vendettas Homebase Normalerweise sieht die Seite immer so aus oder so aus und ihr geht einfach hier auf über uns, also eigentlich über mich und dann geht ihr hier auf Vendettas Livestream und dann kommt ihr auf Livestream.com Da habe ich vorhin schon mal ganz kurz angetestet hier mit einem Battlefield 4 Beta Test Stream von 8 Minuten Qualität habe ich ja schon gesagt, ist ein bisschen schlechter als bei Twitch Aber ihr wolltet unbedingt wieder Livestream.com und das kriegt ihr jetzt auch Was ganz genau bei diesem Livestream passieren wird, weiß ich gar nicht Schreibt einfach mal jetzt nochmal hier unter die Ankündigung, welche Spiele ihr dabei haben wollt Ich kann so viel sagen, ich habe die Beta von Battlefield, die könnten wir zocken Ich habe CSGO, ich habe natürlich auch diese ganzen Livestream Games von den letzten Livestreams Hier wie Endplay, wie Minigolf, wie Hexaball, keine Ahnung oder Hexball hieß das All so ein Kram, das können wir auf jeden Fall machen Und ich denke, wir können da einfach auch spontan irgendwas machen Also Sonntag, den 13. um 19 Uhr sehen wir uns hoffentlich Und ich freue mich auf euch und denkt dran, es gibt eine Menge, 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 Menge Spiele zu gewinnen, ich weiß gar nicht, wie viele waren es dann, scheiße, 20 oder 30 Egal, es gibt auf jeden Fall viel zu gewinnen Ähm, das geht nur wegen euch, ihr abonniert mich, ihr seid da Also Sonntag, den 13. um 19 Uhr, mehr ist nicht zu sagen Haut rein und bis Ende, ciao, ciao